Wir haben letztens Dings bekommen. Oh. Oh, ich bin gespannt, oder? Niklas der Wichser! Willi! Willi! Oh, mein fucking Gott! Willi schickt mir auf Instagram ein Video, also Handyaufnahme, Bildschirmaufnahme, wie er bei Dilara so ein bisschen weiter runter scrollt auf alte Fotos Und da fleißig Doppelklicks drauf absetzt der Wichser. Willi! Willi! Und dazu schreibt er Gute Nacht, Zwicker-Smiley. Oh mein Gott! Es ist der Feind. Es ist der Feind. Es ist das, was ich euch gesagt habe. Digga, Willi. Bin wir ihn immer noch sympathisch? Jaja, Digga, es ist voll funny. Dass er jetzt extra das gemacht hat, war so, ist so, so cool. Dieser Willi. Ich wusste, es wird noch eine Schwachstelle im System werden. Willi, über lustig. Bin nicht erwicksam.